Das ist ein M-Quadrat-Wagen. Warum Quadrat? M-Quadrat bedeutet, sie sind multifunktional. Sie können je nach Kundenwunsch umgebaut werden. Und sind nicht mehr, so wie es bisher ist, bei einem Motorwagen, ein bestimmtes Ladegut festgelegt. Die Zulassung haben wir im vergangenen Jahr bekommen, vor einigen Monaten, vor einigen Wochen bekommen. Diese Wagen sind jetzt einsatzbereit, auch für Kundenwünsche mit verschiedenen Sachen zu fahren. Das ist ein Timberwagen für Holz. Der davor ist hier Kutz und Heavy-Loads, das sind Stahl-Coils drauf. Und dann geht mal ein Strap-Container, also ein Strap-Container. Das sind unsere zwei Innovations- und zwei Weltneuheiten, die wir dieses Jahr präsentieren. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder in den Urschlanz haben. Und auch in unserer Halle, CityCube, aber auch in der Zeigelände eben ab morgen noch deutlich mehr zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.